Gefällt mir richtig gut, euer Mokka. Ist ja auch Allradauto des Jahres geworden. Und hat sogar eine Bergabfahrhilfe. Na gut, aber die brauchen wir jetzt ja nicht mehr. So. Damit Opel geht's jetzt nur noch bergauf. Deutschlands Allradauto des Jahres. Der Opel Mokka. Jetzt Probefahren und Gewinnen. Mehr auf opel.de